Woo! Herzlich willkommen zum Start in mein Summertime-Trainingscamp und super schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich total, dass so viele von euch Motivation haben zum Mitmachen. Und heute fällt der Startschuss und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir in diesem Video. Okay, also du hast jetzt die Möglichkeit, vier Wochen hier auf dieser Seite mit mir online zu trainieren. Mit mir online einfach, dass ich dir Rezepte weiterschicke und dass du jede Menge Motivation und Tipps und Infos von mir bekommst, rund um ein gesünderes, fitteres und aktiveres Leben. Ich freue mich total und ich bin wirklich richtig motiviert, mit euch das jetzt durchzuziehen. Mir macht sowas total Spaß und ich sammle einfach dadurch auch ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen, die ich dann wieder auch nutzen kann für meine ganzen Online-Fitnessprogramme, die auch schon super angenommen werden und wo ganz viele Teilnehmer schon erfolgreich abgenommen oder ihren Körper einfach trainiert und gestrafft haben. Soweit dazu schon mal. Also, wie funktionieren jetzt die vier Wochen? Du bekommst jede Woche Workouts von mir geschickt. Und zwar ist es einmal ein Workout für die Bauchmuskeln, ein Workout für Beine und Po, was komplett den Unterkörper trainiert und dann habe ich noch für dich ein Cardio-Power-Workout. Und diese drei Workouts trainieren wir in Woche 1 relativ dosiert noch. Das heißt, du findest hier erstmal einen sanften Einstieg. In Woche 2 versuchen wir schon, die Wiederholungszahlen uns zu steigern. Wie das genau funktioniert, siehst du dann ja in den Videos. In Woche 3 wird es schon deutlich anstrengender und wir versuchen einfach, dass wir in Woche 4 sozusagen zum Abschluss, dass du, wenn du alle drei Wochen schon im Vorfeld mit durchgezogen hast, dass du dann wirklich in der vierten Woche schon merkst, hey, ich bin ja deutlich fitter geworden. Das, was mir in Woche 1 vielleicht schon richtig, richtig schwer gefallen ist, was ich vielleicht gar nicht durchgehalten habe, fällt mir dann in der letzten Workout-Sequenz sozusagen schon deutlich leichter, sodass du einfach auch siehst, wenn du anfängst und etwas tust, ist es am Anfang immer schwierig, aber im Laufe der Zeit gewöhnt sich der Körper dran, deine Muskulatur wird fitter, deine Ausdauer verbessert sich und da wirst du sehen, hast du auf jeden Fall Erfolg. Die einzige Voraussetzung ist, du musst mitmachen. Es bleibt dir nichts übrig. Du musst wirklich mitmachen, um dann eben auch in der vierten Woche diesen Erfolg, den ich jetzt gerade geschildert habe, dann auch wirklich live an dir und deinem Körper zu erleben. Und wenn du mit dabei bleibst, verspreche ich dir, dass es dir auf jeden Fall gelingen wird. Wie ist das Ganze aufgebaut? Also, ich mache jedes Mal mit euch ein Live-Mitmach-Workout. Das poste ich hier auf dieser Seite. Aber es gibt zusätzlich zu diesem Workout noch einen Trainingsplan. Das ist ein ganz einfaches Bild. Ich habe mich wirklich komplett auf die Grundübungen beschränkt. Das heißt, das sind sehr einfache, sehr leicht erlernbare oder auch einfach Übungen, die du sicherlich vielleicht schon kennst. Und damit du das auch zu Hause machen kannst, empfehle ich dir, dass du dir diesen Trainingsplan, dieses Bild einfach auf dein Handy speicherst oder dir zu Hause ausdruckst, sodass du dieses Workout dann auch dreimal in der Woche oder wie oft es eben vorgegeben ist, für dich dann zu Hause absolvieren kannst. Weil natürlich, wenn man einmal in der Woche ein Kurz-Workout macht, reicht das natürlich nicht aus. Das wirst du dir auch schon denken. Ja, und immer am Wochenende dann kommt ein Zusammenschnitt von den Workouts der Woche sozusagen als schon etwas längere Sequenz. Weil am Wochenende hast du vielleicht dann auch ein bisschen länger Zeit. Und wenn du es dann eben nicht an dem Tag machst, wo ich es poste, dann scrollst du nach unten und machst es eben dann, wenn es in deinen Terminkalender am besten passt. Trotzdem versuche ich, die Workout-Zeit so knapp wie möglich zu machen. So effektiv wie möglich, damit wirklich du jede Sekunde auch dieses Workout nutzt. Ich mache mit dir. Ich schwitze genauso, ich kämpfe genauso. Also ich drehe die Videos wirklich in einem durch. Die sind live, die sind so, wie sie sind. Mache ich die. Und ansonsten bekommst du auf dieser Seite jetzt in den nächsten vier Wochen noch ganz viele Infos, Motivation, dass du wirklich durchhältst. Wenn dir eine Motivationssache besonders gut gefällt, speichere sie dir vielleicht als Handy-Display, sodass du wirklich immer daran erinnert wirst, ich mache doch jetzt bei dem Summertime-Camp mit und ich bleibe da dran. In diesem Sinne, ich freue mich auf eine ganz gute Zeit und der Tipp, der jetzt gleich zu Start für dich parat ist, den schicke ich dir mit einem persönlichen Gruß. Du siehst heute richtig gut aus. Und so versuche auch nach außen zu strahlen. Also mag dich, egal wie du jetzt startest, freue dich, dass du dabei bist und ich freue mich auf jeden Fall über jeden Einzelnen von euch, der hier auf dieser Seite jetzt mit uns durchstarten will. Wuhu, es geht los!